Wollen wir uns nicht schnell noch ein Raptor tamen? Oder ein Kanu oder sowas? Irgendwas Großes Wollen wir nicht lieber das Fleisch verderben lassen? Ja, können wir auch machen Könnte man machen Kann man machen, muss man jetzt aber nicht Pappenheimer Ich mein, wir könnten uns auch irgendein Dino suchen oder so Ein Rex vielleicht Wollen wir dann jetzt für den Adler angehen? Natürlich Oder für die Adler Ich finde eher, ja, ja Dann lass ich jetzt schnell einen Adler suchen noch Gleich direkt, ohne wegzugehen Äh, fündig werden wir da eher im Schneegebiet sein dann Geo glaube ich auch Zum Glück glaube ich ein bisschen auf Dings Äh, vor die... Wo seid ihr jetzt eigentlich hin? Zum Schneegebiet Äh, da wenn ihr den blauen Airdrop zieht Geht mal da hin Komm wieder als letzte an Alter Schwede ey War schon ein bisschen knapp Auf jeden Fall Also direkt in der ersten Folge ein bisschen Action Boah, dann lass mal an los ey An los? Das ist mein Thema Natürlich Geht auch immer so problemlos Geht auch immer so problemlos Hm Vor allem wenn ein Giga vorbeikommt oder so Giga da stehen Ja Geht auch immer so Bei uns Hier sind Adler Ah, da sind Adler, okay Und ganz viele Rechse Eh, nein und Profis hier, ne? Da liegt er! Tschüss, Cry! Haha Das ist natürlich doof Naja, ich schätze mal, jetzt einmal eine kurze Aufnahmepause und warten bis Craig da ist Jo Leute, da bin ich wieder und zwar ist gerade mein PC abgestürzt Ich weiß nicht, also wir haben jetzt eigentlich bereits schon 20 Minuten aufgenommen Ich weiß nicht, ob das jetzt ob ich die Datei noch retten kann oder nicht Ich werde dann eventuell mal gucken falls die Datei gerettet werden kann werde ich sie hochladen Ansonsten versuche ich vielleicht mal ich weiß nicht, wie das wie das klappen wird, dass ich vielleicht eventuell Doris Sicht dann aufnehmen kann und wenn das auch nicht klappt, gibt es einfach keine Folge Dann fängt das jetzt für mich quasi hier erst an Es ist zum Glück nur eine Folgenlänge von daher Ja Also keine Ahnung, was da passiert ist PC hat einfach ein Blue Screen bekommen Das hatte ich ja neulich auch mal gehabt Ja gut, da Wir müssen ja jetzt nicht weiter hier drauf eingehen Ich würde sagen, wir waren auf dem Weg Adler zu Taylor Genau, und lappert es wieder in der Base Ja, ansonsten können die ja wie gesagt die verlorene Folge bei Dorian gucken Würde wir auch gehen Ja oder das, dann gibt es halt mal einen Tag bei mir keine Folge Genau Juhuu, nur bei mir Exklusiv wie wir einen Äh, Alpha Raptor getötet haben Ja, würde ich mir nicht antun Nee Folgt ihr mir? Wo bist du denn? Jo, ich hab mir gerade, wo du weg bist, noch eine Pfeile Also wenn ich jetzt hier näher ans Eisgebiet rangehe, hab ich einen Eiswürfel Über die Eisdinge ins Jahr Ja, ist ja kalt Ja, das ist halt doof Ich will ja da jetzt nicht irgendwie verrecken Nee, wenn du merkst, dass du verreckst oder so, kannst du ja einfach ähm fix mal ins Warme fahren oder so Fahren Ich bin hier hin Äh, fliegen Ja, ich töte grad den Rex hier Warum? Weiß nicht Lass einfach weiter, komm Lass uns weiter Ey, der Typ ist dickkopfig, ne? Das ist halt Tauche Tauche Tauche, bitte Vorsicht, da hinter dir ist übrigens ein Gruppetil, was schon zu dir rüberkommt Ja Da ist noch jemand auf dem Stein 100 pro Lapid Ich grab den jetzt und schmeiß den in den Kübex rein Ich bin gerade unterwegs, hier Äh, zu euch Weiß nicht wo ihr seid Ach das ist Tauche? Tauche? Ja Ne 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 Der ist fast tot, hilf mir doch einfach Vielleicht beißen uns die Allus kaputt und dann war's das Oh, wo sind alle denn? Welche Läbe sind die? ja was drei alus und ein rex ist echt so gar nix nein das sind nicht die alus ach so ach dass der rex ja so looted das war eh nur level 12 rex tot lordy welches level sind die ich hab kein fernglas können wir nicht am vulkan nach adler gucken können wir auch aber das ist sehr gefährlich eigentlich da kommen wir mit jetzt los du könntest du mir erst mal sagen welches level weiß ich nicht ich hab kein fernglas kann auch noch nicht nur weiter du mit deinem alu tic jetzt komm her los mann ok verbietet ihren alu zu teilen das verstehst ich gesagt wenn du mir ein alu herbringst dann zerfleisch ich den ich hab gesagt wir suchen den oben eher richtung blauen ark weil da ist sicherer ne kommt lass doch hier suchen leute lass einfach dann zum vulkan fliegen ja hier wo ist denn hier genau also ich bin ja ich bin bei dori du bist bei mir hä ich wollt grad sagen ich bin hier ganz allein rum hat er eine koordination hier ne ja ihr wart doch gerade alle hier du wolltest doch was ich war nicht da lasst mal am besten oben auf dem vulkan treffen joa ich habe eine gute idee und zwar ihr sucht ihr drei sucht mal einen guten ich hole dabei ein bisschen kristall und bastel uns schnell ein paar ferngläser wenn ihr ihn gefunden habt gut wenn nicht dann ja da wäre zum beispiel ein adler hier an dem sie hinter mir sind auch mal welche hier wo seid ihr denn überhaupt wo seid ihr denn bei dem fluss bei welchem fluss ich seh hier einen fliegen ja beim vulkan da unten ach da sind unten sabertuse da war ich grad schon ah ihr seid beim vulkan ja ich bin auch vorm vulkan ja lasst mal oben aufm vulkan treffen die sind ganz viele adler ja ich mein ja an adlern hab was ja nicht aber an guten adlern juhu kommt mit adler kommt mit los schnappt nach mir oh nein ich hab gleich keine ausdauer mehr shit jetzt schnappen sie nach dir ja einer folgt mir das ist gut kann ich mich hier auf die wand setzen natürlich nicht ich bin oben auf dem vulkan gleich hinter dir na komm 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 ach jetzt dreht der ab oder was würdest du mich verarschen ich ging was umhörfen ähm tauchen ich kann fünf ferngläser machen soll ich machen mach mal ja ich hatte sogar noch einen hier deiner liegt hier deiner ey David hier Dori wo bist du Dankeschön ich bin im vulkan aber hier ist niemand wir sind an einer seite gewesen dankeschön und einmal der hier so ich packe hier immer in den dingern fest wäre auch mal interessant hier eine base gewonnen also hier hast du auf jeden Fall genug metal und safe ist es auch also hier ist das safest der ort glaube ich den es gibt ja ist kein tier spawn oder sonst was das einzige was da vielleicht rüber fliegen könnte ist ein Quetz oder ein Adler aber Quetz kriegt ja nicht an ne Quetz kriegt ja nicht an ne aber Adler habe ich da oben auch noch nie gesehen also Adler sind hier auf der Seite seht ihr mich noch die sind hier auf allen seiten eigentlich ja aber die meisten Adler ich meine im Redwood sind auch viele Adler also ja aber wir haben doch wieder welche vor uns äh Tauke mhm du bist wo irgendwo keine ahnung warte ich hab hier einen Adler mhm 24 ach da bist du und 8 ich muss noch die Viecher finden ne ja 24 habe ich den höchsten gesehen jetzt da unten sind mehrere mhm das sind 8 alle 8 außer einer ist 24 ok und die hier links fliehen da ist ein 80er jo gekauft lockt ihr mal zu uns ja rauf auf den Berg am besten oder ja würd ich auch sagen ähm habt ihr narkopferl ach so ich hab auch 13 ja ich glaub der die sehen nicht mehr gut aus mhm der eine Adler sieht nicht mehr gut aus weil die fighten gegen den Sabatoos also gegen den Sabatoos Herde oh ich sehs grad ja wow fast nie gedrückt jo Leute ähm das ist jetzt ultra unfassend leider jetzt ist mein Videodriver gecrasht was ja oh sie wird jetzt auch wahrscheinlich sterben wa Clayton Pech und Pan bist du noch im Spiel? ne oh man was ist denn heute los warte ich grab dich noch schnell runter weil du noch oh fuck du bist jetzt ja du bist jetzt kannst du den Adler äh kannst du den äh pt retten? ja den kann ich retten aber ich wollte grad noch cry grabben aber da war er schon bin ich schon tot? ne tot noch nicht aber sieht schwer danach aus dass du gleich tot bist oh ja da sind drei Adler um dich herum ja zur Not macht mal C-Rollen durch jo aber ich glaub die treffen dich ja nicht mal die folgen mir da ist ein Raptor das ist doch scheiße ey fuck ich hab keine Stamina mehr oh ich auch nicht haha alter will er nicht landen? mir folgen mehrere ja mir auch nein 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 jetzt haben wir mehr als ein Adler warte ich flieg mal rauf mit Kratos nein tu das nicht Raptor greif mich hier genau oh da hinten ist ein Titan oh leider ich hab das gerade so gut wie möglich Cry to verteidigen aber das sollte nicht länger halten äh ich weiss nicht mal wo er liegt er liegt hier wo ich bin meine Aufnahme läuft noch ja ja deine aber die von Crimer nicht ok der Agentarwiss ist tot den hab ich grad getötet Cry ist noch nicht tot scheinbar oh nein ich 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 warte warte ich komm gleich runter ich muss nur Samina tanken was denn? was ist ein Lapid? mein Vogel ähh steuner ich steuner ich steuner ich verbinde gerade komm schon ich komm schon ah was ist denn hier bei dir überhaupt äh was ist hier was schlägt dich? mich schlägt mich hier sind Adler ich denke ich darf nicht fighten ansonsten wird mein Vogel bewusstlos ok ich joiner jetzt leute ich bin gleich da zuck 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 schnell 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 ich seh dich 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 ja ich glaub das ist das nächste was ich hier ich kann Cry nicht wegfliegen oh oh da sind Alu's geh weg das geht nicht weil Cry zu schwer ist ich bin da so Cry bad auf die Hit gesetzt und aus die sind zwei Raptoren das ist das Bolin hier what the fuck ich seh es ich hab irgendwie ne C Rolle gemacht aber er hat keine Rolle gemacht und der Adler ist noch ähh gesessen ist aber weiter geflogen ich konnte dich nicht fliegen hm wo lag denn Cry überhaupt hier wo ich gerade bin und hingucke ich weiss nicht wo du hinguckst hier ist ne Tasche unten seo die Tasche alles klar Leute soll ich jetzt einfach mit dem Raptor oder Speedy hingehen ey und alles was vor mir ist das ist ne ganze Ecke die du da laufen musst oh shit du hast ne Adler am Arsch gut keine Stamina das weiß ich schon aber ich hab keine Stamina das ist das Problem Cry hast du was was ich unbedingt mitnehmen soll? ähh da waren die da waren paar Narkotik-Kreide der Crossbow ansonsten eigentlich nicht ja weniger ich hoff Krato stirbt einfach nicht ach das ist doch bullshit ey da ist gar nichts drin in der Tasche die Tasche ist auch bei mir ach so du bist gestorben? ja ich bin gestorben ne Lappet äh nein 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 ich bin nicht gestorben ich bin aber bei Crys Leiche die sind so sein Beutel nur hier sind zwei Raptoren die ich irgendwie versuche loszuwerden ach so ich komm gleich ich seh hier gar nicht wo sein Beutel ist ach da oben wer ist da oben? ich bin hier neben dir soll ich versuchen die wegzulocken? ja das Problem ist ich kann Crys Sachen nicht tragen ähh naja aber nur das wichtigste also Narko und sowas alles kommt einfach her das ist nicht so tragisch also das kann man alles nachkraften mhm ja Leute keine Ahnung heute ist bei meinem PC echt da oben drin er stürzt da ab und dann stürzt der Videodriver auch noch ab muss erstmal kurz Stamina tanken jetzt werde ich erstmal mit dem Kano Frust diesen D-Lor killen jo klappt der gut der Plan mit dem Agitavis zuerst der Alpha Raptor warte ich muss noch kurz Stamina tanken dann komm ich schluss 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 Lappet bist du noch am Berg am Vulkan? jo ich versuch gerade den Hauptser hier wegzulacken irgendwie so töd ihn doch das Interessante wird sein das alles zu schneiden äh ja meine Aufnahme ging ja jetzt durch gängig ich hab jetzt bereits äh für 40 Minuten Aufnahme oder so äh 3 Dateien und eine davon funktioniert nicht was dann? ach da jetzt sind hier 2 Taschen hä? pass mal auf nicht dass es sich angriffen hä? ach ich guck schon weil die nehm ich raus das Fleisch nehm ich noch mit heiz Waffen bei Waffen gucken äh im übrigen lag das ganze Narkotik äh äh das Miet bei mir ne jo da hab ich gesehen ne ich auch mit äh die Raptoren kommen hier langsam wieder hoch der ist hier schon am Stein so lang sie langsam kommen ist kein Problem ähm was ist das hier für ne Tasche hier unten? naja das weiß ich nicht da sind so viele Alos ja ne dachte mir auch schon so hmhm du Alu fetischist Alu sind cool die sind echt nice ja wir laufen was machen wir jetzt? ja wenn wir den Teethromat tötet cry wie bitte? ja auf dem anderen Server als du als wir den als wir die Tiere verlegt haben hast du den ja getötet unseren Alu den wir mühevoll getamt und ich hab ihn getötet? was? ja ich hab ihn noch nicht getötet das ist aus Versehen ist was anderes passiert ja dein Verschulden jo bist mit ihm unter die Welt geballt und sowas und ja war da nicht geballt mit nem Atmensheet holt mich ab holt mich ab ja ja ich bin schon da achja unsere Base ist hier warte hier Richtung also ich bin jetzt erstmal im rückhauen vielleicht wärs auch erstmal ne Option wenn wir erstmal viel Metall sammeln das schmelzen hallo und dann ähm